Damit die Jorla aufnehmen kann. Wir starten hier mit die neue Aufnahme. Tritra, trulala, hopsasa, haha. Jetzt hab ich dich natürlich mitten im Satz erst erwischt, ne? Du musst 3, 2, 1 sagen oder so. Ah, super. Ich merk schon, ich muss mir einfach irgendwann einen tollen Moment aussuchen. Ach, schön. Schön. So. Das heißt, wir gehen jetzt los in die große Stadt. Ja, wir gehen jetzt los. Moment, nee, gehen wir nicht. Die rennen bis 5. Ach ja, stimmt. Die rennen ja bis... Das hast du gut. Schade, ich hätte nichts sagen sollen. 1, 2, 3. Hab gewonnen. Was? Ich weiß gerade auch nicht, was sie will. Was hast du denn gewonnen? Ich hab keine Ahnung. Eine Treppe. Sie haben eine Treppe gewonnen. Und die hast du gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Warum baust du hier eine Treppe hin? Für einen geschmeidigen Abgang. Ja, und wohin geht's ab? In den Keller. Ja, ich dachte, wir wären im Keller. Also manchmal fresse ich echt einen Besen. Ja. Wir haben ja gar keinen Besen hier. Nee, nicht da hinten. Junge, unter dir. Unter mir? Junge, hast du gehört? Junge. Junge, komm bald wieder. Komm bald wieder nach Haus. Ich hab neulich... Ich hab neulich... Oh, das... Neulich, ja. Ja, ich hab neulich eine Neuverfilmung vom Weißen Rüssel am Wolfgangsee gesehen. Wie siehst du denn aus? Was denn? Warte mal, bleib mal, bleib mal. Komm mal mit, komm mal, 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 komm Tatsache, der Hammer. Jenny spiegelt sich in deiner Brille. Hast du Tatsache etwa die Grafric hochgeschraubt? Jenny spiegelt sich in deiner Brille. Aber nicht auf mich hauen. Komm, wir gehen los, es ist 5 Uhr. Ich muss jetzt hier weg. Gesundheit. So, wir gehen heute in die Stadt. Wenn wir wieder rauskommen, gehen wir in die Stadt, ja. So. Ah, hier. Sind wir alle draus? Ich muss hier überall noch Bäume pflanzen. Bäume, wir müssen überall Bäume hin. Bäume. Warum pflanzt du in unserem Burghof Bäume? Damit wir sie abholzen können. Genau, damit der Weg nicht so weit ist. Ich habe die jetzt alle von unten mitgenommen, das sind noch 30 Stück. So, geh mal Richtung Stadt, ja, Olle. Ja, mach ich doch. Ich bin ja schon da hinten auf dem Weg. Was? Ich habe gelevelt, weil ich die eingepflanzt habe? Das ist auch gut. Wo ist Jenny? War noch unten. Ich bin jetzt unterwegs. Wir haben Jenny vergessen. Sie möchte im Kinderparadies, im Spieleparadies abgeholt werden. Was ist das da unten? So ein Bälle-Paradies, ne? Ach, irgendwie ist das als Erwachsener immer noch cool. Ich war noch nie in meinem Leben. Ich muss unbedingt mal in so ein Bälle-Paradies. Echt? Du warst noch... Bitte? Ich war noch nie in so ein Bälle-Paradies. Bitte? Hast du es gehört? Echt? Ja, jetzt geh doch mal als Erwachsener Mann bei Ikea ins Bälle-Paradies. Was meinst du, was dann passiert? Funktioniert alles. Du brauchst ein Kind. Dann funktioniert das auch. Ja, aber wenn du ohne Kind da reingehst, dann hast du ein Problem. Ruckel, die zuckeln. Kommt ihr jetzt da unten? Ja, ich bin da schon da. Ah, Viktor. Wartet mal, ich habe Viktor gefunden. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Stadt raussuchen. Wie laufen wir? Ach so, ich habe ja auch gar keine Karte mehr. Oh, dieses neue... Dieser neue Rechner birgt auch Sachen, ne? Was? Sachen einfach. Könnt ihr mal vorrennen? Ich weiß nicht, wo die Stadt ist. Ich bin unterwegs zur Stadt. Ich wohne noch hinter euch. Ich muss noch Viktor erschießen. Wartet. Boah, du blöde Sau. Ja, nimm ihn mal mit. Wir brauchen das Fleisch. Ey, hab ihn ja schon. So. Warum kann ich denn nicht rennen? Renn doch, Mädchen. Wahrscheinlich bist du... Nein, ich habe... Außer Puste bin ich. Was? Das ist schon ein Rennen. Sehr gute Richter. Was? Also üben wir aber nochmal. Ich sehe dich, Jorle. Wo muss ich denn hin? Bin ich richtig? Nö, nicht ganz. Helf mir doch mal. Du musst Richtung Nordwesten ungefähr. Jetzt mach ich doch. Wartet doch mal, ihr... 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 Ihr Dingsbums. Oh, ich bin schon wieder... Jetzt stinke ich nach Fleisch. Warum gehe ich mit Fleisch in die Stadt? Das ist ja Selbstmord. Blackie, weil wir uns vor der Stadt ein Nest suchen, was ich markieren werde und da unsere Sachen reinpacken werden. That's an awful plan. Ah, okay. Weil ich jetzt auch ein Kaninchen habe. Wo ist denn diese Kackstadt? Kapstadt heißt das. Kapstadt. Helf mir mal lieber. Helf mir mal lieber. Ich bin da hinter euch. Ich kann euch nicht helfen. Ihr werdet verfolgt von Zombie-Dösen. Aber die ganzen Sachen habe ich mir doch markiert. Book, Höhle, Trader. Ja, Book 2. Das habe ich mir markiert. Warte mal, das sind... Wieso werden die mir denn nicht angezeigt? Ach, ist das lästig. Hyper-Active. Oh, ist das ein schöner Ausblick. Nein, das ist aber nur diese Technik heute. Die macht mich fertig. Technik. Aber du hast eine schnellere Rechtsanlage, oder? Ja, ein wenig. Also jetzt nicht sehr viel, aber ein wenig. Ein ganz kleines bisschen. Und das hat ausgereicht, dass ich... Immer über die Frames heulst. Was? Nein. Ich habe gerade... Was habe ich doch gar nicht. Ich habe gesagt, es ist doof, dass der meine Karte nicht mehr hat. Sag mal, das ist doch nicht normal, dass ich so langsam laufe. Was ist denn hier passiert? Bist du in der Hocke, oder was machst du da? Nein. Bin ich nicht. Und seit wann haben wir hier einen See? Hatten wir einen See vor der Stadt? Ja, hatten wir. Hattest du heute Morgen... Hast du heute Morgen einen minderen Hirnschlag gehabt? Ich musste halt einfach nur so viel machen. Und das ist dann so stressig gewesen, weil... Weil ich hier dann noch alles einrichten musste, bevor wir aufnehmen und so. Das ging mir jetzt ein bisschen auf den Kopf. Weil auch nicht... Das ist ja halt auch so, dann funktioniert wieder was nicht. Und dann... Musst du das wieder nachhaken, das machen. Das war ein bisschen zu viel. Wie ein Reh durch den Wald. Ich habe wahrscheinlich geparst gefunden. Wo? Im Wald? Ich bin bei der Stadt, du... Du Sank. Ich gucke hier schon rum. Kannst du schon bei der Stadt sein? Ja, bin auch so. Weil wir beide uns noch ums Fressen kümmern, während sie schon loslegt. Da ist eine Wutz. Lass uns die Wutz erlegen. Ich habe nichts gesehen. Oh, jetzt bin ich erschöpft. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da. Hier unten ist es. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ach, da unten. Also ich habe eindeutig das Gefühl, mein Charakter... Vorsicht, Zombie von links. Mein Charakter ist langsamer als vorher. Da unten ins Wasser? Oder wo ist sie hin? Nee, die liegt dort. Was soll's? Soll ich sie zerlegen? Ich habe eh schon Fleisch dabei. Ja, ich habe auch Fleisch. Hast du... Was hast du denn? Nee, 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 nee. Dann mach mal mit dem Messer drauf. Ehe auch. So, äh, wo wollten wir jetzt hin? Ich habe es vergessen. Das ist gruselig hier. Stadt. Aber ich schwimme nicht durch den See, oder? Nee. Nein, tun wir nicht. Weil wir müssen uns jetzt auch noch gleich eine Stelle suchen, wo wir... Flaggy vorne, der ist blauer Auto. Jawohl, ich bin unterwegs. Da können wir es doch reinpacken. Ja, ich habe sie kaum. Ja, 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 ja. Während Madame sich da mit den Zombies... Guck mal hier ein Tümpelchen, ach wie süß. Da waren gerade schon so ein paar, die habe ich keine Lust. Da vorne läuft noch eine Sau. Da soll ich das Fleisch rein tun, ja? Ja, da packen wir jetzt das Fleisch mit rein. So, mein Fleisch ist drinne. Meins auch. Und ich gehe jetzt ins... Was steht da? Parkings? Nee. Ähm, wer möchte denn einen Mininghelm haben? Ich habe einen Mininghelm. Ja, 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 ja. Sehr gerne. Ich nehme den Mininghelm. Kannst du dir noch Fleck geben? Der ist ja gerade bei dir. Der braucht auch einen. Nöw. Ich habe eine Taschenlampe. Das reicht erst mal. Na, das ist nicht so gut. Ich habe ein Parkhaus gefunden. Ich habe gesehen, man kann sich, glaube ich, Mininghelm jetzt auch schon selbst machen. Selbst herstellen. Ja, kannst du auch. Eine Nellgunframe habe ich gefunden. Halt eine Nussschale und ein Licht drauf. So, da ist das Cracker Book und dahinter müsste irgendwo das SIFTool sein hier. Ich habe eine Karte gefunden. Ich habe übrigens Mechanical Parts. Wie viele brauchen wir? Oh, Köter. Köter. Ah. Wie viele Mechanical Parts brauchen wir? So viel wie geht. Viele. So viel wie möglich. Da hinten ist das SIFTool-Teil. Dann durchforste ich mal das Parkhaus. Oh, dass wir auch alle hier alleine durch diese Stadt laufen, ne? Wir können uns alle beim SIFTool treffen. Okay, oder? Wo bist du denn? Ach, du bist da hinten. Dann komme ich zu dir, Joorle. Da ist auch noch die Bank, Jenny. Bank und SIFTools. Das sind doch ehrenwerte Ziele. Ich stehe jetzt gleich vorm SIFTools. Oh, da ist ne Biene. Ne dicke Hummel. Hau, hau sie tot. Ich habe Taylors Treasure Map. Das ist schon mal, das ist gut. Ich mein, ähm, hau dir mal diese, diese Schatzkarte einfach hinter. Kann er nicht schaden. Dann holen wir den als nächstes. Oh Gott, jetzt ist er so ein Dicker, ne? Oh, oh. Oh, oh. Zombies. Wollen mich essen. Nein. Oh nein, der Dicke hat mich gesehen. Was hat sie denn? Ähm. Treffe ich den überhaupt? Hallöchen. Eine Sache kann ich sagen. Zombies kommen mit Rampen nicht klar. Ah, scheiße. Drecks, kack, Köter. Hilfe. Oh, ich hab die Zombie-Krätze, ne? She dies like pigs in hell. Kommt ihr da zurecht da unten? Oder soll ich... Ich werde sterben. Drecksköter. Sehr gut. Gibt's doch noch, oder? Ja. Noch ja. Ja. Hallo, hallo, mach das, mach das kack Menü zu. Oh Mann. Äh, was? Ein Nailgun Receiver. Auch mal sowas? Ne, ja, nimm noch mit. Ich treffe irgendwie die Dicken nicht. Ja. Bin jetzt bei Cracker Book. Jenny, dann hier. Komm, komm, komm so rüber. Ja, ja, bin unterwegs. Give me a moment, please. Yes. Flatsch, flatsch. Oh yeah, der war sauer. Hier ist ja auch ein Cracker Book. Ja, ich war in beiden schon. Ich hab alles erreicht, was ich wollte. Ich steh auf dem Parkhaus. Äh, Spider-Zumbie. Oh, der nehmt auch noch. Äh, Fug. Komm, dicker, dicker, dicker. Der warst du nur unser gammeliges Sandwich. Fühl mich verarscht. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt den Köter ausnehme? Rotting Flash. Immer noch? Oh. Mmh. Na gut, dafür gibt er Leder. Ich mein, nimm mal mit, ne? Bin dort. Wie die, die, was machen die immer mit ihren Tieren? La, 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 la. So. Ich komm mal zu euch. Ist mir alleine hier nicht geheuer. Ja, dann komm her. Da war vor allem grad ein Dicker. Der hat nach mir gekrapscht. Guck mal, hier an der Seite war ich schon kurz drinne. Mhm. So, dann heißt es jetzt erstmal aufschlagen. Soll ich denn wieder aufmachen, oder wie ist das? Ähm, ich glaub, das ist egal, weil, oder hast du Quality, ähm, hier? Ja, ja. Ja, hab ich schon gemacht. Der, dann schlag ich auf, dann lootest du. So, Waffenteile, Waffenteile. Hast du jetzt, wie weit seid ihr denn in die Stadt reingelaufen? Hast du Collect schon den, den Mining Helm gegeben? Nö, ne, hab ich noch in der Tasche. Darf ich den denn haben? Butter. Gut, ist auch zwar nicht, aber es ist ein Mining Helm. Ja, ja, Hauptsache, er funktioniert. Oh ja, oh, endlich Licht. Mechernike Pals. Rettet mich. Ja, komm her, Fleck. Ne, Gang Receiver. Oh, wir bekommen Besuch von einem Krabbler, Jenny? Ja, ich mach grad hier die Tür auf, wo wir rein wollen. Darfst du den? Wie weit seid ihr denn durch die Stadt geradet? Ja, er ist tot. Ich bin gleich hinten drin, wo die anderen Kisten sind. Laufen, laufen, laufen. Ja, ich lauf, ja. Ja, verfolgt von allen möglichen Döns. Bin hinten drin. Ja, ich komme mal zu dir. Ist das Korb? Ja, Korb wird mitgenommen. Ich muss noch eine Steinachse kurz machen. Ah, Ex. Wo seid ihr? Ich bin ja unterwegs. Wo bist du? Oh, den, äh, Calipas hab ich. Flaggi, äh, Jenny. Cool. Calipas. Den haben wir doch beim letzten Mal immer gesucht, oder? Ja, 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 ja. Den haben wir jetzt. Oh, was ist das denn? Calipas. Jetzt können wir Money machen. Oh, da könnte ein... Seid ihr... Scrap Plastics. Ich weiß es nicht. Ja, komm her. Oh, wir bekommen jetzt langsam... Okay, ihr seid hier drinnen. Aber wo seid ihr hier reingekommen? Na, an der Seite. Wir machen doch immer an der Seite da. Black rennt panikartig wie's Haus. Ah, das seid ihr. Ah, das seid ihr. Ah, 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 ah. Ähm, eine Schaufel, ein, 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 ein Sledge-Dingens. Sledgehammer. Ein paar, ein paar, äh, Metal-Frames waren auch grad schon mit bei. Oh Gott, das dauert ewig, bis wir das aufschauen. Nee, komm. Hilfe. Du hast geschenkt. Komm, wir gehen, Fleck. Ähm, warte, das Bad. Ja, im Bad hab ich jetzt nicht geguckt. Ihr wisst, dass hier überall Zombies sind, ne? Ja, dann deckt mich mal, dann loote ich hier fix. Okay. Toll, ich hab das Fenster hinter ihm getroffen. Ist sehr gut. Flank? Ja? Schieß! Hör auf, du schaufelst, schießt die. Geht nicht, ich seh nix. Flank, Jenny, das wurde hier ein bisschen zu knappig jetzt. Hilfe? Sollten wir vielleicht mal gehen? Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich, ich geh mal, ja? Hilfe. Ah! Ich hab die Tür getroffen. Oh Gott sei Dank, Jenny. Hilfe, 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 Hilfe. Ach, das bist du, oh Mann, ey. Das bin ich. Okay, raus, oh, 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 oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, 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 ich bin hier raus. Was treibt ihr denn da, was treibt ihr denn da? Oh Gott. Ich glaub, die Bank, die schenken wir uns, oder? Zum Glück hab ich das gute Eigenblut dabei. Da hinten ist noch was, kommt mal mit. Was ist das? Das ist das Shotgun-Dingens. Lass uns mal da rein, der Shotgun-Messiah. Wo ist sie denn jetzt? Ich weiß nicht, wie ihr seid. Hier, 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 hinter euch, hinter euch. Falsch Richtung Fleck. Richtung Osten. Lauf hinter dir her, passt schon. Willst du Eigenblut, Jenny? Ich hab Eigenblut. Hab ich auch. Ist auch Blut? Hm. Dauert ein bisschen, bis wir hier durch sind, aber... Heiß, aber süßer. Das wär gut hier. Darf auch mal rein. Gut, dann halte ich euch den Arsch sauber. Fleck, du hast... Fleck, falsche Tür. Ja, ich bin ja dabei. Oder bist du da? Okay. Oh, weia. Falsche Tür. Was holst du denn rum? Oh, Jenny. Ich kann... Das Problem ist bloß, ich kann nicht mehr so viel tragen. Hinter uns krollt es, äh... Jenny, du sagst, wenn du Probleme hast. Ja, ja. Okay. Komm, das ist die letzte Stufe, Fleck. Wir sind gleich durch, Jenny. Ja, ich bin ja dabei. Alles gut. Wir sind gleich durch. Wette, gleich massiert mir einer den Nacken. Okay, ja. Das ist wohl nicht Jenny-Jine. Okay, wir sind drinnen. Wooster ist es denn hier? Oh, was zu essen. Ich bin so begeistert. Hier kann man sich... Oh, hier kann man sich Kappe kaufen. Suppe. Suppe. Hier ist ein Automat. Seit wann geht das denn? Ja, na ja, die Automaten. Die sind neu jetzt. Krasser Eberhardt. Ich habe eine Kiste aufgeklappt. Wir haben echt ein bisschen Probleme hier. Nein. Die Zombies. Alles gut. Da kommt irgendwas. Ja, da kommt irgendwas. Irgendwas ist gut. Ich mache mal die Tür auf hier, ja? Oh, die ist anguckt. Boah, was das alles kostet? Wir haben gerade mal 18 Dollar. Guckt mal, wir hätten einfach auch hinten... Echt? Ist hinten offen? Hinten ist offen. Es ist nichts drinnen in diesen Kackkissen. Oh, das stimmt. Das ist ja echt offen. Das ist aber das Beste. Haben wir uns schön reingemauschelt. Kaffeebohnen. Wollen wir Kaffeebohnen? Ja. Nö. Ah! Was denn? Gleich tot, gleich tot, gleich tot. Jenny? Nee, lass dich. Oh Gott, Zombie! Ach, da ist er. Alter Schwede. Was ist denn mit dem passiert? Er ist tot. Ich habe ihn gefrackt. Ha! Er ist explodiert. Weiß ich nicht. Hast du einen dicken erwischt? Dann sicherlich. Nee, das war so ein Typ mit Schüssen in ihrer Weste. Er ist explodiert. Ich habe ihn gefrackt. Warte mal, ist er von hinten auch offen? Wer hat denn sich gesagt, er macht die Armor und so? Äh, Fleck. Fleck? Ich mache Waffen. Ich mache die Waffeln. Ja. Hier. Was ist hier? Buch. Lern. Dort. Lern. Wo? Ja, Moment. Oh, hier ist ja offen. Oh. Ja, das ist doch, da ist so ein Fleck gerade sehr gut bemerkt. Könnt ihr mir mal kurz bei der Tür noch helfen hier? Ja, gleich. Ich muss erstmal das Buch finden. Sie ist eh gleich durch, aber die Axt ist gleich kaputt. Jenny hat was Schönes gefunden. Was hast du denn? Weiß ich nicht. Eine Branche. Eine Branche. Ja. Sehr gut. Oh, Jenny, dann mal ran an die Autos draußen. Ei, ei. Ich habe keinen Platz mehr. Hier ist ein Tresor. Ja, die sind zu viel, Fleck. Sind zu viel. Und? Oh, oh, oh. Eins. Okay, eine Pistole. Ähm, jetzt ist bloß das Problem, was, was nehme ich mit? Was kann ich hier lassen? Ein Fertilizer schmeiße ich jetzt mal weg. Ähm. So. Jetzt sehe ich gut aus. Mit dem Tresor wollen wir nicht aufmachen. Pistole. Das nehmen wir mit. Das kommt weg. Tresor. Ja, dauert zu lange, Fleck. Ähm. Ja, löschen. Erraten wir sich. Zehn Uhr. Möchte wir einen Cowboy-Hut? Ich hatte einen, aber jetzt habe ich was Schöneres. Willst du einen Cowboy-Hut haben? Nein, ich habe einen. Dann ist mir das jetzt auch wurscht. Könnte man, glaube ich, verkaufen ganz gut. Wurde auch gesagt, die ganzen, die ganzen Parts verkaufen sich ganz gut. Parts. Ich habe eine Wrench, eine Axt. Du hast eine Wrench? Habt ihr jetzt beide eine Wrench? Ich habe eine Wrench und eine Axt. Na, dann werft euch mal an die Autos. Wenn noch jemand Platz hat, gehe ich an die Autos. Aber ich... Oh, Zombie. Ich meine, wie viele Mechanical Parts brauchen wir denn? Wo seid ihr denn? Ich stehe mitten auf der Straße, aber ich habe gerade keinen Platz mehr für die blöden Mechanical Parts. Dann versucht ihr beide euch mal zu stacken in der Zeit. Ich schmeiße mal ein paar Sachen weg. Ich muss erst mal diesen Zombies hier... Weg mit den blöden Fackeln, braucht kein Mensch. So, und einmal Mechanical... Wo ist das mit der Wrench da? Hast du das Auto hier schon auseinandergenommen? Bin dabei, bloß dann kam der hier zu Besuch. Mach ich mal weiter. Ah, ich treffe ihn auch nicht. Ah, ich... Bippie. Äh, Brown... Was? Das ist ein Kleid. Der hat ein Kleid. Ja, dann zieh's an. Nein, ich zieh keine Kleider an. Dann gib's mir, dann zieh ich's an. Okay, ich nimm's mal mit für dich. Ja. Nie knack, das Auto ist ab. Äh, jetzt hat Jenny hier ganz viel Benzinkanister, Schrauben... Warte, die Schraubenfedern hab ich. Die kann ich mitnehmen. Können da beim Auseinandernehmen mit der Wrench Mechanical Parts rauskommen? Ich hoffe so. Weiß ich nicht. Ich glaub, ein Motor. Da drüben, oh, in der Enkel steht noch ein gelbes. Das ist komplett... Elektrische Teile hab ich. Das könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Und eine Feder. Ach, da kommt der Zombi-Döse an. Hier liegt ne Iron Pipe. Bei Iron Pipes. Gut, dass ich Platz im Inventar habe für solche Sachen. Fall jetzt um. Ich will die nicht zerlegen. Ich hau jetzt auch mal die Schaufel weg. Die braucht ja auch kein Mensch. Ich muss hier echt mal... Vielleicht komm mal her, wir stecken mal Gläser und so. Hast du Gläser? Ich hab keine Gläser. Nailgun. Ich hab zwei Sachen für die Nailgun. Oh, so... Äh, ich hab zu viel Krempel hier. Ich weiß nicht, wohin damit. Einkaufskorb, der ist zu schwach. Der nehm ich nicht mit. Scheiß auf das blöde Zeug hier. Was hast du denn da? Papier, okay. Wir müssen so viel Platz schaffen, dass wir das Fleisch aus dem blauen Auto mitnehmen können. Also ich hab jetzt noch zwei Plätze. Das krieg ich. Gut. Oh, was war das? Hat jemand... Ich nehm das gelbe Auto auseinander. Hat jemand von euch irgendwie Honig dabei? Oder... Äh... Platz mehr. Ich habe Bier dabei. Damit kannst du deinen Koma wegtrinken. Ähm... Jenny, hier diese... Diese, ähm... Schraubenfedern, die kannst du mir auch geben. Oder soll ich dir die geben? Ich habe keinen Platz mehr. Ich... Leder. Nimm ich mit. Aber dann gib mir deine Schraubenfedern, falls du noch welche hast. Ne, ich hab nichts. Ich hab nur Scrap und, ähm... Gascans und Kloff. Ich kann noch ein paar Sachen abgeben. Warte mal, komm mal her, hier. Electric Parts, die hab ich. Ja, komm her. Wo bist du? Die hatte Fleck auch schon. Ich hab Electric Parts und Schrauben... Aber ich wollte mal was wissen. Ja. Workbench. Was willst du haben? Ist, ist egal. Also hier kommen die Springs, ja. Mechanical Parts brauchen wir aber. Und Electric Parts hast du da auch noch. Mhm. Äh, ich glaub ich hab auch... Mechanical Parts hab ich doch, glaub ich, auch aufgesucht. Ich hab aber eine Autobatterie. Ähm, Spring, Small Engine, Electrical Parts liegen hier vor mir. Kleiner Motor. Ähm, ja, konnte ich aufnehmen. Lasst mal bitte, wir haben doch hier garantiert wieder irgendwo so ein Haus mit so einer Konsolenteile. Garantiert. Wir müssen einen Funkturm finden und dann reißen wir ihn ab. Hahaha. Ja, genau. Das haben wir doch letztes Mal auch gemacht und da haben wir doch so viel rausgekriegt. Und welche Idee war es? Die gibt's hier nicht. Welche Idee war es? Die gibt es hier, glaub ich, nicht. So, Electric, Electronic Components, aha. Wir können aber mal hier in die, in die Bank reingehen. Wir müssen jetzt eh 19 Uhr, wir sollten uns ja schanzen. Schon, schanzen. Achso. Michael, schanzen. Ähm, wir müssen sowieso raus, ne? Raus, 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 raus. Ja, dann huhr dich. Also sonst, äh... Achso, ich bin ja dran. Mit, mit, ab, ab, moderieren. Achso, nee, dann sag ich dir aber auch schon mal tschüss, ne? Tschüss, tschüss. Und dann sag, warum sagst du jetzt tschüss, bevor ich ab, moderiere? Weil du deinen Schrei gleich wieder machst und den will ich nicht... Ich will jetzt aber ab, moderieren. Achso, nee, das kannst du machen. Ja? Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Leute, wir sehen uns, wir sehen uns demnächst wieder bei. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir weiter. Machen wir doppelt so lange, so. Wir sehen uns wieder bei, Subway Ways to Cry, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Raaaaaah! 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 Bis zum nächsten Mal.